Ja, hallo Leute, es ist jetzt 14 Uhr. Ich stehe immer noch vorm Apple Store in München und warten auf das iPad Mini. Wie wir sehen, sind hier schon die ersten Interviews. Es sind auch mehr Leute geworden. Ich bin ungefähr hier, war gerade bei McDonalds, habe mir gerade was gekauft. Ich bin Fünfter und ja, wir warten jetzt hier noch fleißig 18 oder 19 Stunden auf das iPad Mini. Ja, das war es mit dem Update um 14 Uhr. In zwei Stunden mache ich dann nochmal ein Video und dann wird die Schlange wahrscheinlich noch länger sein. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.